Wilhelm Hauf, das kalte Herz Sie fuhren auch mit dem Holz den Rhein hinab. Michel leitete den Floß und brachte sie schnell bis nach Rotterdam. Dort bot man ihnen das Vierfache von dem früheren Preis, und besonders die ungeheuren Balken des Michel wurden mit schwerem Geld bezahlt. Als die Schwarzwälder so viel Geld sahen, wussten sie sich vor Freude nicht zu fassen. Michel teilte ab, einen Teil dem Holzherrn, die drei anderen unter die Männer. Sie fuhren auch mit dem Holz den Rhein hinab. Michel leitete den Floß und brachte sie schnell bis nach Rotterdam. Dort bot man ihnen das Vierfache von dem früheren Preis, und besonders die ungeheuren Balken des Michel wurden mit schwerem Geld bezahlt. Als die Schwarzwälder so viel Geld sahen, wussten sie sich vor Freude nicht zu fassen. Michel teilte ab, einen Teil dem Holzherrn, die drei anderen unter die Männer. Und nun setzten sie sich mit Matrosen und anderem schlechten Gesindel in die Wirtshäuser, verschlemmten und verspielten ihr Geld. Den braven Mann aber, der ihnen abgeraten, verkaufte der Holländer Michel an einen Seelenverkäufer, und man hat nichts mehr von ihnen gehört. Von da an war den Burschen im Schwarzwald Holland das Paradies, und Holländer Michel ihr König. Die Holzherren erfuhren lange nichts von dem Handel, und unvermerkt kam Geld, Flüche, schlechte Sitten, Trunk und Spiel aus Holland herauf. Und nun setzten sie sich mit Matrosen und anderem schlechten Gesindel in die Wirtshäuser, verschlemmten und verspielten ihr Geld. Den braven Mann aber, der ihnen abgeraten, verkaufte der Holländer Michel an einen Seelenverkäufer, und man hat nichts mehr von ihm gehört. Von da an war den Burschen im Schwarzwald Holland das Paradies, und Holländer Michel ihr König. Die Holzherren erfuhren lange nichts von dem Handel, und unvermerkt kam Geld, Flüche, schlechte Sitten, Trunk und Spiel aus Holland herauf. Der Holländer Michel war, als die Geschichte herauskam, nirgends zu finden. Aber tot ist er auch nicht. Seit hundert Jahren treibt er seinen Spuk im Wald, und man sagt, dass er schon vielen behilflich gewesen sei, reich zu werden, aber auf Kosten ihrer armen Seele, und mehr will ich nicht sagen. Aber so viel ist gewiß, dass er noch jetzt in solchen Sturmnächten im Tannenbühl, wo man nicht hauen soll, überall die schönsten Tannen aussucht, und mein Vater hat ihn eine vier Schuh dicke Umbrechen sehen, wie ein Rohr. Der Holländer Michel war, als die Geschichte herauskam, nirgends zu finden. Aber tot ist er auch nicht. Seit hundert Jahren treibt er seinen Spuk im Wald, und man sagt, dass er schon vielen behilflich gewesen sei, reich zu werden, aber auf Kosten ihrer armen Seele, und mehr will ich nicht sagen. Aber so viel ist gewiß, dass er noch jetzt in solchen Sturmnächten im Tannenbühl, wo man nicht hauen soll, überall die schönsten Tannen aussucht, und mein Vater hat ihn eine vier Schuh dicke Umbrechen sehen, wie ein Rohr. Mit diesen beschenkt er die, welche sich vom Rechten abwenden und zu ihm gehen. Um Mitternacht bringen sie dann die Gesteire ins Wasser, und er rudert mit ihnen nach Holland. Aber wäre ich Herr und König in Holland, ich ließe ihn mit Kartetschen in den Boden schmettern, denn alle Schiffe, die von dem Holländer Michel auch nur einen Balken haben, müssen untergehen. Mit diesen beschenkt er die, welche sich vom Rechten abwenden und zu ihm gehen. Um Mitternacht bringen sie dann die Gesteire ins Wasser, und er rudert mit ihnen nach Holland. Aber wäre ich Herr und König in Holland, ich ließe ihn mit Kartetschen in den Boden schmettern, denn alle Schiffe, die von dem Holländer Michel auch nur einen Balken haben, müssen untergehen. Daher kommt es, dass man von so vielen Schiffbrüchen hört. Wie könnte denn sonst ein schönes, starkes Schiff so groß als eine Kirche zugrund gehen auf dem Wasser? Aber so oft Holländer Michel in einer Sturmnacht im Schwarzwald eine Tanne fällt, springt eine seiner Alten aus den Fugen des Schiffes. Das Wasser dringt ein, und das Schiff ist mit Mann und Maus verloren. Das ist die Sage vom Schiff. Und wahr ist es, alles Böse im Schwarzwald schreibt sich von ihm her. Oh, er kann einen reich machen, setzte der Greis geheimnisvoll hinzu. Aber ich möchte nichts von ihm haben. Ich möchte um keinen Preis in der Haut des dicken Ezechiel und des langen Schlürkers stecken. Auch der Tanzbodenkönig soll sich ihm ergeben haben. Der Sturm hatte sich während der Erzählung des Alten gelegt. Die Mädchen zündeten schüchtern die Lampen an und gingen weg. Die Männer aber legten Peter Munk einen Sack voll Laub als Kopfkissen auf die Ofenbank und wünschten ihm gute Nacht. Das ist die Sage vom Holländer Michel. Und wahr ist es, alles Böse im Schwarzwald schreibt sich von ihm her. Oh, er kann einen reich machen, setzte der Greis geheimnisvoll hinzu. Aber ich möchte nichts von ihm haben. Ich möchte um keinen Preis in der Haut des dicken Ezechiel und des langen Schlürkers stecken. Auch der Tanzbodenkönig soll sich ihm ergeben haben. Der Sturm hatte sich während der Erzählung des Alten gelegt. Die Mädchen zündeten schüchtern die Lampen an und gingen weg. Die Männer aber legten Peter Munk einen Sack voll Laub als Kopfkissen auf die Ofenbank und wünschten ihm gute Nacht. Kohlenmunk Peter hatte noch nie so schwere Träume gehabt wie in dieser Nacht. Bald glaubte er, der finstere, riesige Holländer Michel reiße die Stubenfenster auf und reiche mit seinem ungeheuer langen Arm einen Beutel voll Goldstücke herein, die er untereinander schüttelte, daß es hell und lieblich klang. Bald sah er wieder das kleine, freundliche Glasmännlein auf einer ungeheuren grünen Flasche im Zimmer umher reiten, und er meinte, das heisere Lachen wieder zu hören, wie im Tannenbühl. Dann brummte es ihm wieder ins linke Ohr. Kohlenmunk Peter hatte noch nie so schwere Träume gehabt wie in dieser Nacht. Bald glaubte er, der finstere, riesige Holländer Michel reiße die Stubenfenster auf und reiche mit seinem ungeheuer langen Arm einen Beutel voll Goldstücke herein, die er untereinander schüttelte, daß es hell und lieblich klang. Bald sah er wieder das kleine, freundliche Glasmännlein auf einer ungeheuren grünen Flasche im Zimmer umher reiten, und er meinte, das heisere Lachen wieder zu hören, wie im Tannenbühl. Dann brummte es ihm wieder ins linke Ohr. »In Holland gibt's Gold! Könnt's haben, wenn ihr wollt! Um geringen sollt! Gold! Gold!« Dann hörte er wieder in sein rechtes Ohr das Liedchen vom Schatzhauser im grünen Tannenwald, wo deine zarte Stimme flüsterte, »Dummer Kohlenpeter, dummer Peter Munk, kannst kein Sprüchlein reimen auf Stehen und bist doch am Sonntag geboren, schlag zwölf Uhr. Reime, dummer Peter, reime!« Dann hörte er wieder in sein rechtes Ohr das Liedchen vom Schatzhauser im grünen Tannenwald, wo deine zarte Stimme flüsterte, »Dummer Kohlenpeter, dummer Peter Munk, kannst kein Sprüchlein reimen auf Stehen und bist doch am Sonntag geboren, schlag zwölf Uhr. Reime, dummer Peter, reime!« Er ächzte, er stöhnte im Schlaf, er mühte sich ab, einen Reim zu finden, aber da er in seinem Leben noch keinen gemacht hatte, war seine Mühe im Traume vergebens. Als er aber mit dem ersten Frührot erwachte, kam ihm doch sein Traum sonderbar vor. Er setzte sich mit verschränkten Armen hinter den Tisch und dachte über die Einflüsterungen nach, die ihm noch immer im Ohr lagen. »Reime, dummer Kohlenmunk, Peter, reime!« sprach er zu sich und pochte mit dem Finger an seine Stirn, aber es wollte kein Reim hervorkommen. Als er noch so da saß und trübe vor sich hinschaute und an den Reim auf »Stehen« dachte, da zogen drei Bursche vor dem Hause vorbei in den Wald und einer sang im Vorübergehen. Er ächzte, er stöhnte im Schlaf, er mühte sich ab, einen Reim zu finden, aber da er in seinem Leben noch keinen gemacht hatte, war seine Mühe im Traume vergebens. Als er aber mit dem ersten Frührot erwachte, kam ihm doch sein Traum sonderbar vor. Er setzte sich mit verschränkten Armen hinter den Tisch und dachte über die Einflüsterungen nach, die ihm noch immer im Ohr lagen. »Reime, dummer Kohlenmunk, Peter, reime!« sprach er zu sich und pochte mit dem Finger an seine Stirn, aber es wollte kein Reim hervorkommen. Als er noch so da saß und trübe vor sich hinschaute und an den Reim auf »Stehen« dachte, da zogen drei Bursche vor dem Hause vorbei in den Wald und einer sang im Vorübergehen. »Am Berge tat ich stehen und schaute in das Tal. Da habe ich sie gesehen zum allerletzten Mal.« Das fuhr wie ein leuchtender Blitz durch Peters Ohr und hastig raffte er sich auf, stürzte aus dem Haus, weil er meinte, nicht recht gehört zu haben, sprang den drei Burschen nach und packte den Sänger hastig und unsanft beim Arm. »Halt, Freund«, rief er, »was habt ihr da auf »Stehen« gereimt? Tut mir die Liebe und sprecht, was ihr gesungen.« Am Berge tat ich stehen und schaute in das Tal. Da habe ich sie gesehen zum allerletzten Mal. Das fuhr wie ein leuchtender Blitz durch Peters Ohr und hastig raffte er sich auf, stürzte aus dem Haus, weil er meinte, nicht recht gehört zu haben, sprang den drei Burschen nach und packte den Sänger hastig und unsanft beim Arm. »Halt, Freund«, rief er, »was habt ihr da auf »Stehen« gereimt? Tut mir die Liebe und sprecht, was ihr gesungen.« »Was ficht's dich an, Bursche?« entgegnete der Schwarzwälder. »Ich kann singen, was ich will und lass gleich meinen Arm los, oder? Nein, sagen sollst du, was du gesungen hast!« schrie Peter beinahe außer sich und packte ihn noch fester an. Die zwei anderen aber, als sie dies sahen, zögerten nicht lange, sondern fielen mit derben Fäusten über den armen Peter her und walkten ihn derb. bis er vor Schmerzen das Gewand des Dritten ließ und erschöpft in die Knie sank. »Jetzt hast du dein Teil«, sprachen sie lachend, »und merk dir, toller Bursche, dass du Leute wie wir sind nimmer anfällst auf offenem Wege.« »Es ficht's dich an, Bursche«, entgegnete der Schwarzwälder. »Ich kann singen, was ich will und lass gleich meinen Arm los, oder? Nein, sagen sollst du, was du gesungen hast«, schrie Peter beinahe außer sich und packte ihn noch fester an. Die zwei anderen aber, als sie dies sahen, zögerten nicht lange, sondern fielen mit derben Fäusten über den armen Peter her und walkten ihn derb, bis er vor Schmerzen das Gewand des Dritten ließ und erschöpft in die Knie sank. »Jetzt hast du dein Teil«, sprachen sie lachend, »und merk dir, toller Bursche, dass du Leute wie wir sind nimmer anfällst auf offenem Wege.« »Ach, ich will es mir gewisslich merken«, erwiderte Kohlenpeter seufzend. »Aber so ich die Schläge habe, seid so gut und sage deutlich, was jener gesungen.« Da lachten sie aufs Neue und spotteten ihn aus, aber der das Lied gesungen, sagte es ihm vor, und lachend und singend zogen sie weiter. »Ich will es mir gewisslich merken«, erwiderte Kohlenpeter seufzend. »Aber so ich die Schläge habe, seid so gut und sage deutlich, was jener gesungen.« Da lachten sie aufs Neue und spotteten ihn aus, aber der das Lied gesungen, sagte es ihm vor, und lachend und singend zogen sie weiter. »Also sehen«, sprach der arme Geschlagene, indem er sich mühsam aufrichtete, »sehen aufstehen. Jetzt, Glasmännlein, wollen wir wieder ein Wort zusammensprechen.« Er ging in die Hütte, holte seinen Hut und den langen Stock, nahm Abschied von den Bewohnern der Hütte und trat seinen Rückweg nach dem Tannenbühl an. Er ging langsam und sinnend seine Straße, denn er musste ja einen Vers ersinnen. Endlich, als er schon in den Bereich des Tannenbühls ging und die Tannen höher und dichter würden, hatte er auch seinen Vers gefunden und machte vor Freuden einen Sprung in die Höhe. »Also sehen«, sprach der arme Geschlagene, indem er sich mühsam aufrichtete, »sehen aufstehen. Jetzt, Glasmännlein, wollen wir wieder ein Wort zusammensprechen.« Er ging in die Hütte, holte seinen Hut und den langen Stock, nahm Abschied von den Bewohnern der Hütte und trat seinen Rückweg nach dem Tannenbühl an. Er ging langsam und sinnend seine Straße, denn er musste ja einen Vers ersinnen. Endlich, als er schon in den Bereich des Tannenbühls ging und die Tannen höher und dichter würden, hatte er auch seinen Vers gefunden und machte vor Freuden einen Sprung in die Höhe. Da trat ein riesengroßer Mann in Flößerkleidung und eine Stange so lang wie ein Mastbaum in der Hand hinter den Tannen hervor. Peter Munk sank beinahe in die Knie, als er jenen langsamen Schrittes neben sich wandeln sah, denn er dachte, das ist der Holländer Michel und kein anderer. Noch immer schwieg die furchtbare Gestalt und Peter schielte zuweilen furchtsam nach ihm hin. Da trat ein riesengroßer Mann in Flößerkleidung und eine Stange so lang wie ein Mastbaum in der Hand hinter den Tannen hervor. Peter Munk sank beinahe in die Knie, als er jenen langsamen Schrittes neben sich wandeln sah, denn er dachte, das ist der Holländer Michel und kein anderer. Noch immer schwieg die furchtbare Gestalt und Peter schielte zuweilen furchtsam nach ihm hin. Er war wohl einen Kopf größer als der längste Mann, den Peter je gesehen. Sein Gesicht war nicht mehr jung, doch auch nicht alt, aber voll Furchen und Falten. Er trug ein Wams von Leinwand und die ungeheuren Stiefeln über die Lederbeinkleider heraufgezogen, waren Peter aus der Sage wohl bekannt. Er war wohl einen Kopf größer als der längste Mann, den Peter je gesehen. Sein Gesicht war nicht mehr jung, doch auch nicht alt, aber voll Furchen und Falten. Er trug ein Wams von Leinwand und die ungeheuren Stiefeln über die Lederbeinkleider heraufgezogen, waren Peter aus der Sage wohl bekannt. Peter Munk, was tust du im Tannenbühl?